Alle Spiele der Regionalliga-Fest, live und on demand, auf Sport total. Wir greifen an auf die ersten Plätze in dieser Regionalliga-Fest. Und dann haben wir auch die beiden Vereine. Für rund 500.000 Euro wurde die Gästetribüne jetzt kürzlich fertiggestellt. Und die Oberhausener Fans sind nämlich die ersten hier in der Regionalliga-Fest, die diese Tribüne einweihen dürfen. Also wirklich klatschneu hier in Lippstadt mit dem ersten Einwurf. Der wird vermutlich lang. Profeta verlängert es. Da war bald Anton Heinz, der Rückkehrer hier nach Lippstadt. Im vergangenen Jahr auch schon im Trikot von den Kleeblättern. Er hat hier getroffen an seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Jetzt kann es mal schnell gehen. Matter über links. Gras Halbauer. Und er kommt gefährlich. Und der erste Abschluss. Spätestens jetzt sind alle Zuschauer hier in der Libels Arena wach. Und das wäre natürlich ein optimaler Start gewesen in diese Partie. Nächster Angriff. Holtkamp mit dem Tanz. Wieder Tavari. Oberhausen muss aufwachen. Sich ein wenig warm zu machen. Sich ein wenig zu bewegen. Hier in diesem kalten Lüftchen in Lippstadt. Krayer. Merz. Altun. Jombo kann sich da durchsetzen. Krayer mit ein wenig Platz. Lassen sich da relativ viel Zeit. Merz und Holthaus. Krayer. Diese Variante kennen wir schon. Aus der Hinrunde. Bringt aber keinen Erfolg heute. Merz. Und Heinz. Mit der Flanke. Die wird gefährlich. Lunga. Und Profeta. Zur Gute kommen lässt. Heinz. Glas geht zu Boden. Schiff bleibt aus. Krayer. Zweite Möglichkeit. Der wird lang. Aber Balkenhoff. Ohne Probleme. Alleine auf Christopher Balkenhoff zugelaufen. Winter. Der hat jetzt mal Platz. In den Rückraum. Lunga. Ja, da war er. Da war er. Der Abschluss. Wird dann gleich kommen. Für wen? Ist noch unklar. Mal mit dem Weg über die andere Seite. Guter Steckpass. Fahne geht hoch. Ball im Tor. Aber zu früh gefreut. Aber das war mal so eine Kombination, die wir auch in der ersten Halbzeit zwar zu wenig, aber doch vereinzelt gesehen haben. One Touch. Die nötige Kreativität im Offensivbereich. In dem Bereich, in dem es dann wirklich gefährlich wird. Nächster Abschluss. Henry Matter. Traoré mit einem sehr offensiven Traoré auf der linken Seite. Heiserhold hat sich ein bisschen zurückfallen lassen. Mit Altum bekleidet er jetzt die sechs. Und dann sind es eben Kaiser. Da ist Mika. 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 Legt nochmal zurück. Und da verzieht Kaiser. Wir sind da nicht mehr aufmerksam, auch wenn es schon Nachspielzeit ist. Wir haben bald 92 Minuten gespielt und da schwindet noch dann irgendwann die Kräfte. Das kann ich nachvollziehen. Mai nochmal. Mai. Der sieht gut aus. Profeta. Mit der letzten Aktion des Spiels. Es bleibt beim 0 zu 0 aus Lippstadt. Wir schauen nochmal drauf. Mai und Profeta macht sich lang und lenkt. Ja, das wird dann der letzte Stichpunkt sein auf meiner Liste hier. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Alles gut. Alles gut. Alles gut.